Leicht wie ne Feder, steif wie ein Brett. Leicht wie ne Feder, steif wie ein Brett. Leicht wie ne Feder, steif wie ein Brett. Oh mein, wow! Jetzt fliege ich! Konzentration, Ladies, wir sind klasse! Bestimmt nicht gut. Ist es normal, dass sie so hoch steigt? Unsere Freundschaft ist zu mächtig für sowas! Nein, sowas passiert einfach, wenn man das draußen macht. Wie kommst du drauf? Wir machen das alle zum ersten Mal. Äh, die Schwägerin des Nachbarn, der Freundin von Cherries Cousine, sagt, dass sowas völlig normal ist. Dieser Strom soll dich vernichten, du böse Figur! Mom, beeil dich! Dad wird gleich zurück sein! Das dauert hier aber noch länger. Ach, etwas frische Luft, Hut. Was tut ihr da? Gar nichts? Gar nichts! Den Roboter unter Strom setzen, damit du ihn dieses Mal zerstörst. Was? Nein, wir bereiten ihn nur für dich vor. So wie wenn ich ein Glas nicht aufkriege und du es für mich vorbereitest. Nein, ich öffne es für dich. Ja, und damit hilfst du sehr. Es tut mir leid, Tänk. Die Kinder wollten dir doch nur helfen. Die Kinder? Ihr traut mir nicht zu, dass ich so ein Spielzeug kaputt kriege? Ihr glaubt gar nicht, dass ich der stärkste Mann auf der Welt bin. Dad, wir haben gesehen, dass dich das aufregt. Da wollten wir dich ein bisschen aufmuntern. Ja, und wie ein Scherz, ob du mein Spielzeug kaputt kriegst. Du bist der tollste Dad auf der Welt. Nein, ich bin der glücklichste Dad auf der Welt. Und ihr seid die tollste Familie aller Zeiten. Nichts, nicht, 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 nicht. Nickelodeon!